jo leute was geht hier ist euer fricken und hört mir heute ein video und ja im hintergrund seht ihr gerade call of duty definitiv und wird auch unser thema sein nämlich ich werde vier beta codes in diesem video verlosen und werde euch einfach mal meine klasse präsentieren und die meiner meinung nach richtig overpowered ist in der beta und ja da fangen am besten mal mit diesem video an also wie gesagt ich werde vier beta codes in diesem video verlosen zwei werde ich in diesem video verstecken und zwei welchen kommentaren verlosen und was dafür machen ist es einfach nur den like button so richtig vergewaltigen und in den kommentaren schreiben hashtag beta code und umso öfter ihr den kommentar schreibt und so höher ist eure chance und den gewinner werde ich dann einfach anschreiben heute abend und ja das erstmal zu den beta codes und kommen wir zu meiner klasse die werde ich euch jetzt einblenden also ich habe mit der kaba 45 gespielt mit dem reflex visier griff und schnell zielen und die anderen sachen könnte ich einfach jetzt abgucken oder drückt auf pause falls ihr die gleiche klasse spielen wollt bei meiner meinung nach wie gesagt ist sie wirklich overpowered und ja jetzt würde ich mich noch interessieren ob ihr die beta cool findet oder ob hier wirklich spiel so scheiße findet dass jetzt wieder black ops 3 spielt schreibt es wie gesagt auch noch in den kommentaren es wird mich wirklich sehr interessieren und ja ansonsten war es auch vom kleinen video ich werde auf jeden fall in diesem wochenende noch live streamen und ja ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen tag ich bin raus und schau bis zum nächsten Mal